Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitachformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Josef, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Oh, meinst du das einfach, Gettel? Der Militär hat mich belogen! Jede hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haus. Nie das berücksichtige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Nichts als Feiglinge, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zugerbrach haben, nur um zu lernen, wie man Messer im Glammeln hält! Jahrelang ist das Militär mal eine Aktion in Lübehegert! Es hat mich gegen nur als Wisspicken... Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Hörnoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufele in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! agemann